Heute ist wieder soweit, heute gibt es wieder eine weitere Reaktion und zwar auf Sam Sülik. Er befindet sich gerade in seinem Spring Cut und war einkaufen. Was der Junge einkauft, ob es wieder Donuts und Milch sind oder ob er ein bisschen den Weg zu cleaneren Alternativen gefunden hat, schauen wir uns heute an. Ich muss sagen, ich habe Sam in UK das erste Mal kennengelernt persönlich, war, muss ich sagen, wirklich sehr respektvoll mir gegenüber. Auf jeden Fall ein chilliger Typ, wir haben uns auch mal zum Training verabredet, also wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es gerne mal unten rein. Er ist noch ein sehr junger Athlet, aber was ich bei ihm falle, er macht einfach, worauf er Bock hat. Er macht Bodybuilding mit Liebe und Leidenschaft und lässt sich nicht von irgendwelchen Besserwissern vom Weg abbringen. Und so sollte das Ganze laufen, finde ich persönlich, wenn man anfängt gerade. Sollte Spaß im Vordergrund stehen und man sollte einfach Bock drauf haben, den ganzen Lifestyle, wie man so schön sagt, zu leben. Aber heute gucken wir uns mal seinen Einkauf an. Es sollte der gute Walmart sein, in dem man sich hier befindet und stellt auf jeden Fall die Cam erstmal in den Wagen rein. So kann man es auch machen. Aber Walmart muss ich sagen, ist echt ein riesen, riesen Einkaufszentrum in den USA, wo es alles zu finden gibt, auf jeden Fall. Was haben Sie nicht been eating und alles in zwischen zu erreichen, um zu erreichen, zu erreichen, zu erreichen, zu einem Dramatik weightloss? Diese Answers werden wir gefragt. Wir gehen mit es. So, first step. Ich meine, das ist einfach ein call-out. Do you even track any of your macros? Are you getting into any, like, are you even at least tracking your protein? That's kind of the initial phase. That's the, uh, that's the gateway to macro tracking. And I'm talking about a good gateway, but you gotta start tracking your macros first. I don't know, your protein first. So that's where, if you're a 130-pound dude, pretty lean, get 130 grams of protein in. If you're a 200-pound dude, a little softer, you're fine with about 180. You need about a gram per pound of lean body mass. If a guy's 400 pounds, but 150 pounds of that is just fat, that doesn't mean he needs 400 grams. He would need 250, right? So, before you do anything, I think you gotta make sure you're tracking your protein. Yeah, simple Sachen, die er da sagt. Und auf jeden Fall Sachen, die ihre Richtigkeit haben. Was braucht man, Proteins und Muskeln aufzubauen? Deswegen trackt auch eure Kalorien bzw. eure Proteine. Ihr müsst es nicht jeden Tag machen. Ihr müsst aber einmal ein Gefühl dafür kriegen und, ähm, wirklich wissen, wie viel sind 200, 250, 300 Gramm Eiweiß, die ihr täglich braucht. Jungs, Mädels, wir kennen alle den Freund oder die Freundin, die sagt, ey, ich esse so viel. Und ich baue gar nichts auf und dann bist du mal einen Tag mit denen und merkst du die ersten zweimal am Tag 150 Gramm Chicken und, äh, das war's. Und deswegen, ja, man fangt auf jeden Fall an zu tracken und zu gucken, wie viel Eiweiß ihr wirklich konsumiert. Und, you know, that's, for some people, that can be a little bit of a chore, that can be a bit of a hassle. Even just going from tracking nothing to happen to count your protein every day and make sure that you hit that goal, that can, it can be a little bit of a chore, but you're gonna get used to it pretty quick. And then you can actually get into the real fun stuff, which is actually gonna make you make real changes to your fucking build. And that's when you're counting your total macros, your total calories for the entire day. You know, you go to the soda section and instead of grabbing a Sprite, you grab a Sprite Zero. Instead of getting a fucking... Gute Wahl, Sam, gute Wahl, die Sprite Zero, die kann einiges, definitiv. Oder, ihr macht's wie ich und trinkt das Wässerchen. Oder, ihr geht jetzt auf esm.com, shoppt mit Code Polakko und gönnt euch ein geiles Isoclear oder ein Designerway und habt gleichzeitig eine geile Limo und die Proteine gesaved. So geht's natürlich auch. Insert popular energy drink or popular sports drink. You get the zero calorie version, you know, stuff like that. And I'm not joking. Once you get it, like once you see, I mean, I make this fucking reference to all sorts of shit. Once you can see the matrix of how your diet is going to affect your results, gym-wise, body-wise, energy-wise, the way you feel, it's hard to go back. Like, you can't look at food the same way anymore. And I don't see that as a bad thing. I think that's fucking good. Because nobody who gets into macro tracking for real and actually understands what they're doing, they don't start doing it and then think, oh my god, this is the worst thing ever. It is a little unfortunate though, because a lot of people have a pretty rough starting spot. Because, I mean, how many people do you know who aren't insane gym-nuts, where they get a reasonable... Okay, in dem Laden is aber auch gar nix los, fällt mir grad auf. Normal, wenn ich da irgendwie im Wall-E unterwegs bin, alle schmiert da ein, irgendwie ab, meinem Regal. Ich muss mich die ganze Zeit um den letzten Zimt prügeln oder sonst was. Aber, da ist echt chillig. In Ohio, ist er, glaub ich. Also, Ohio, Walmart... Diet. Ich spreche über gemütige Maßnahmen, einen mausenden Glycemikindex-Karben, Reis. Wer auch bei Starbucks sagt, er geht einen Kaffee trinken, ihr kennt die Mädels, die sich dann achtfach einen Frappuccino mit Sahne und sonst was bestellt. Alter, du trinkst keinen Kaffee, du isst einen verdammten Nachtisch. Gutemann. 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 I'm talking either getting a gallon of whole milk Or a gallon of skim milk A diet soda Or a full sugar soda You can kind of apply the same logic To everything There's the heavier Not healthier Meatier, fattier Higher calorie option of a lot of stuff And more often than not You can pick the leaner one You can get the 92% beef Instead of the 80% Any sort of things? Er redet im Großen und Ganzen darüber Kalorien einzusparen Und ja, ich sag mal so Wenn du einfach nur Fett verlieren willst Hilft es dir schon extrem Also wenn du den ganzen Tag nur Cola säufst Das ist zwar nicht richtige Starbucks gehst und dir da Frappuccinos lädst Pudding isst oder sonst irgendwelche Chips Und dann auf eine andere Alternative umsteigst Wie Light Getränke Keine Ahnung Kaffee mit Mandelmilch Oder Kaffee mit Fettreduzierter Milch Und dann halt eben Alternativen für diese Lebensmittel findest Da sparst du dir schon ordentlich was ein Das ist eigentlich ein guter Tipp Den er da gibt Gerade wenn man anfängt Wenn man sich gar nicht so extrem Nach einem Plan ernähren will Sondern einfach mal so ein paar Tipps Baut um abzunehmen Dann ist das auf jeden Fall cool Is if Even if you don't want to be completely OCD about it Because I get it Look I If someone were to tell me Like Yeah you know Our son Sam He Every time he eats something He has to weigh it out on the scale And he tracks it on his phone And he makes sure that he hits a certain number a day I mean you sound like Rain Man But Well worth it So actually instead of stopping for steaks Perfect This is about as lean as I ever see Not that I think you can see the number But Two pounds of 96% Lean ground beef And Even if you get 80% You're still going to be able to strain off the fat So I wouldn't freak out about it too much But I uh I've noticed this Over the last few months The last few years I kind of feel a little bit better When I have at least a pound ish of red meat I don't even mean like I I mean it's hard to explain I can't say like I wake up with vigor for life Any more than normal But something about actually I mean I don't know I think that the I think the carnivore guys Are on to something I don't think they're complete Uh Nut cases Now I'm not saying I'm going to go liver king Mode Anytime soon But I don't think they're on the wrong track Yeah it's always difficult With so extreme Ernährung Sei es jetzt Carnivore Wie er sagt Wo man nur Fleisch isst Oder irgendwie vegan Oder Was weiß ich Wie viele Verschiedene Verschiedene Diät Oder Ernährungsstrategien Ist da gibt Oder nur einmal am Tag Essen oder so Das alles Ist irgendwie nicht ausgewogen Und ich habe über die Jahre Eigentlich gelernt Eine ausgewogene Ernährung So dumm wie es klingt Ist das Beste Ist halt da immer das Problem So Keine Ahnung Eine High Carb Diät Kannst du auch auswärts Relativ gut fahren Wenn du nur Carnivore isst Dann Musst du dir halt Irgendwie ein Kilo Fleisch bestellen Und isst sonst nichts dazu Und ja Es ist Es soll jeder am besten Am Ende des Tages Für sich entscheiden Ich sage ja auch immer Leben und Leben lassen Und wenn die sich damit gut fühlen Go for it Aber Ganz wichtig Verurteilt die Leute nicht Bitte Die ganzen Veganer Geht den anderen Leuten Nicht damit auf den Sack So gehen auch die Fleischfresser Den Veganern nicht auf den Sack Und andersrum genauso Also da einfach immer Akzeptanz Toleranz Für Den anderen Gehen Was Für dich vielleicht nicht funktioniert Funktioniert für den anderen Selbes Geld auch fürs Training Oder Für Ja Ander Dinge im Leben So what I'm scanning for now Oh here we go Wait Fuck Looking for top round I'm looking for top round What I'm not looking for Is Something like a ribeye Something like A A strip steak I'm not looking for anything Particularly fatty Really I kind of want to cut That's All red Not too much fat On the inside of it So let me I guess Yeah Top sirloin These are like These are small cuts though These are only half a pound I guess that's fine Honestly I should be only doing about half a pound of the red meat at once Because that's I'm gonna plug it into my phone and track it But half a pound of red meat is about 45-50 ish grams of protein You know Eight ounces of straight up lean turkey breast That's 50 grams That's another thing that you're gonna notice once you start tracking your calories and your macros Is you're gonna get good at fucking Just knowing how many calories are in things You could put a hamburger and fries in front of me from any restaurant and I'll be able to look at it and tell you Okay that's probably about a 45-carb bun That oh that's a pretty thick cut That's probably 40 grams of protein in the patty Mit der Zeit kriegst du da echt ein Gefühl für, wenn du das mal so machst Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe da gar kein Gefühl für Beziehungsweise habe mittlerweile schon ein Gefühl für, aber ich habe es nie gemacht Also früher, könnt ihr euch vorstellen, Timeframe, Alter 13, 14 bis 17, bis ich ausgezogen bin Alles gefressen, was mir in die Quere kam Das, was Mutti gekocht hat, die hat Gott sei Dank Grüße an Mama Sehr, sehr gesund, beziehungsweise gut gekocht Immer Fleisch, immer eine Kohlenhydratquelle Jeden Tag Reis, Kartoffeln oder Nudeln und Gemüse Ja, hat sehr, sehr gute Inhaltsstoffe gewählt Beziehungsweise keine verarbeiteten Lebensmittel Kaum verarbeitete Lebensmittel Außer natürlich meine morgendlichen vier Nutella Toasts mit Kaba Die ich mir sowas von reingezwobelt habe Aber so war der Timeframe, bis ich ausgezogen bin Und dann habe ich wie Sam auch begonnen Ja, so mir alles einzutracken Beziehungsweise halt einzukaufen, worauf ich Bock habe Und das dann so ein bisschen zu tracken Wo ich das dann gelernt habe Aber das Ganze habe ich vielleicht ein oder zwei Jahre gemacht Ja, und dann mit 19, mit 20 bin ich dann ja in die Pro Qualifier Vorbereitung gestartet Wo ich dann auch Profi geworden bin Und da habe ich dann streng nach Planen gegessen Wie ihr es in der Vorbereitung machen solltet Und dann bin ich Profi geworden Und dann habe ich eben mit Stefan gearbeitet Also das zu dem Thema Ja, das ist definitiv fatty Plus mayonnaise and cheese Das 25, 30 grams of fats there You know, stuff like that You kind of get a little OCD But what I'm looking for now Perfect Keto buns I swear this is a lifesaver Not this brand specifically It could be any of these But just looking at the macros 50 calories per So one of these little buns If I'm going to slap it onto a turkey sandwich Or if I wanted to make like a little bit of a sloppy joe With some low sugar barbecue sauce Or if I wanted to mix in some fat free cheese Into this ground beef in the pot Once it's done cooking 50 grams of No, 50 grams 50 calories per bun Compared to the leading full carb competitor 150 I just cut my calories from the buns down Das ist schon krass Da gibt es auf jeden Fall heftige Alternativen In den USA Was so Brot und so angeht Ich weiß mal, wann war es Ich glaube nicht der Arnold's oder so Da habe ich mir so Tortillas geholt Auch so Keto-friendly Weil ich vollsack wie ich bin Dachte halt, die zerfetzt Auf jeden Fall die ganze Packung Da hat Beefy auf jeden Fall Zweimal Pfötchen gegeben Junge, Junge Habe ich mir denn Die Seele aus dem Leib geschissen Weil damit sie natürlich auch Nicht der normale Kohlenhydrate sind Sondern Kohlenhydrate, die halt Als Ballaststoffe angegeben sind Und die sozusagen Durch deinen Körper durchgehen Und ihr wisst, wenn ihr viel Ballaststoffe isst Richtig viel Ballaststoffe Dann habt ihr auf jeden Fall Den Turbo gezündet By 3 And not 3 calories 3 times So Not a bad move And that's already So that's what Steak spreads I kind of already Cut down on My caloric intake Without even having to track anything If I were to sit here And make kind of a sloppy joe style sandwich Or have two of these steaks Even without having to track it I just chilled out of my fat intake From picking a leaner cut And I just chilled out of my carb intake From picking one of these I mean it's kind of a It's a little bit lab experimenty You know But the basic premise With the keto buns As it were The low carb buns Is The bun itself is just made Primarily From dietary fiber Not so much You know Just straight up carbs From like Good old dietary Dietary fiber A flour or a wheat Or whatever So This is one thing I do want you to kind of Pay attention to If you're interested in You know Taking advantage of Little tricks like this Is you look at the background I'll even Let's give you a close look here Real fucking close If Okay well whatever But Basically Total carbs 21 grams Right But right below that It says Dietary fiber 18 grams And 18 grams of that Are insoluble Insoluble fiber Means That your body Cannot break it down Your stomach doesn't have The capacity Or You know The strength of acidity Like a Like a cow Or a horse Or whatever To be able to break down Insoluble fiber So all it's going to do Is pass right through you And more likely than not You need more fiber In your diet Anyway So Essentially the logic there Is you can take the total Carbohydrate value 21 grams And then subtract The insoluble fiber value 18 grams Now Leaving you with 3 grams Of net carbs 4 calories each 12 calories From carbs That barely puts a dent In my carb Because When you get a macro tracker You can pretty much see How much Calories you have left In any individual macro Carbs Fats Proteins 3 grams of carbs I've got 300 For the whole day 3 grams is nothing So Something like that Even if you Like I mean I keep Coming back to this Even if you're not serious About tracking Every little detail Yet You're easing into it Just by making These little replacements You're gonna notice Over time And this leads me To a next point Of a perfect Replacement Or not replacement Let's say substitution Here we go Perfect Oh I've been I've been in manual focus This whole time No wonder that wasn't working God damn it Well You get the gist But yeah So Fat free Shredded cheese Perfect Habe ich auch wieder Meine Erfahrungen Mitgemacht Junge Junge Der Sam Der sprengt Die Schüssel Da könnt ihr euch sicher sein Instead of I mean let's do that Same shit Let's compare So same shit You know Known brand Instead of Nine grams of fat Per 28 grams There's now zero There's zilch And the only difference Is this now has Two grams of carbs Instead of one And a touch more protein Nine grams Instead of six Now Is the protein awesome In something like A shredded cheese Like this Not as good as a steak For sure But Again You just cut down On nine grams of fat So now If you had a little craving For something cheesy You wanted to add cheese On to your egg white omelet You wanted to add cheese In like a little salad Right Stuff like that Now you don't have to Necessarily Feel bad Or like skimp Cause if you've ever Tried dieting Which I mean I mean for real I mean dieting For a long period Not like Oh I'm gonna try dieting And then like You give up after three days I mean like Legit dieting You know That if you try to I mean What are you gonna What are you supposed to do Open up the fridge Open up the freezer Take one scoop of ice cream Have a bite Weigh it out And then put it back No man So by taking the calories So was durft ihr auch nie machen Also Das ist schon wieder so ein Punkt Diese Auf Dauer Umsetzbarkeit Ist extrem wichtig beim Diäten Und Der beste Diätplan Ist nur so gut Wie du ihn umsetzen kannst Also wenn Du irgendwie Wenn dein Coach Oder sonst was Oder du selbst Ja Keine Ahnung Gutes Beispiel Abends Du hast abends Extrem Hunger Und du weißt Das kannst du aber Morgens bis um 13 Uhr Ohne Probleme Nichts essen Ja warum sollst du Dann nicht Das zu deinem Vorteil nutzen Und die Kalorien auch Abends mit reinnehmen Du wirst jetzt nicht fetter Wenn du abends Die Mahlzeit isst Anstatt morgens Also Die Kalorien Die Karp Abends wissen nicht Wie viel Uhr es ist Und genau deswegen Ja Kannst du dir auf jeden Fall Deine Diätstrategie so legen Dass es für dich einfach Und gut umsetzbar ist Weil das ist Das Wichtigste Hat genug Kurz noch früh genug Abends Abends As possible You don't have to limit The amount of food I mean like Physical food That's in front of you That you're eating At a time I mean when I make these I'll do A half pound of ground beef Mixed Once cooked With A good helping Of the fat free cheese With some sugar free Barbecue sauce Mix it all together Kind of sloppy Joe esque mix I'll literally have A completely full stomach To the point where I kind of feel like Distended And I only had 700 calories The cost Of a massive Full stomach For 700 calories We may as well Have reversed inflation 30 years Or 50 years Back to the fucking 80s Right 700 calories For a full belly Is cheap So let's I kind of forget What we need next But Let's cut to it now In time In time I'll get to open up This door Not yet Not yet Alright Also In der Diät Verzichtet Sam Auf Schokomilch Wenn ich mit dem Kollegen trainiere Da wird es auf jeden Fall Eine Intra-Schokomilch Geben Das ist Das ist ganz klar Even dining down I'm still a pretty solid fan Of the instant oats You know I'm talking kind of The paper bag Throw it in the boiling water In your cup Sie sind auch geil Die Quaker Oats Sowieso beste Der gute alte Sir Quaker Wenn ihr mal in den USA seid Probiert ihr auf jeden Fall Da gibt es auch so Oatmeal Packungen Ihr reißt einfach auf Schmeißt die ins Wasser Und dann hast du damit So Verflocken Und noch ein Geschmack Zimt oder Apfel 50 Gramm Of carbs From something like An oatmeal That is not bad Dieting wise You know This is one thing That I notice And I'm sure Anybody notices It's a little different When I'm bulking up When I'm full of food At all times And my stomach Is constantly I mean Basically leeching out Sugars and carbs Into my bloodstream I don't really get Energy crashes Because I'm just Full of food At all times So if I had like A bag of Skittles Or if I had Some ice cream Or something It's not gonna spike My blood sugar And then crash it Because I'm kind of just In a constant fed state But Whenever I diet down Or whenever you diet down And you're in a real Deficit for a long time You're gonna notice Is that if you ever have a big You know High glycemic index Calorie intake A.K.A. You eat Hast danach mehr Hunger Das stimmt auf jeden Fall 100 grams 150 grams of sugar At once Your blood sugar Is gonna spike And then it is going To immediately Fucking crash Because sugar Just go through Your system Like nothing Whereas something Like an oatmeal It's more of an even Distribution of energy I don't know If you've ever heard this But like I mean I remember When I was younger My dad would tell us Like eat your oatmeal Before a competition Or whatever So you can have Ja Was Omi Damals schon gesagt hat Das stimmt Schön Haferflocken Morgens Und dann gerottet Even slow energy I mean It's more fibrous As a carb It's literally More sugar molecules Chained together It takes time to digest So If I were to have 50 grams of carbs From a bag of skittles Right when I woke up Not that I would do that Especially not diving But let's say I did that Versus Alternate universe Where I had 50 grams of carbs From an oatmeal For one thing I'm gonna have a sugar Spike and then crash I'm gonna be tired For a little bit Before I kinda Reach back to equilibrium And then I'm gonna be Hungrier again sooner Whereas with the 50 grams Of the low Kind of slow Digesting complex carbs From the oatmeal I'm gonna be full For longer I'm not gonna have A massive kind of Fluctuation in my energy And then I can wait A few more hours Before I feel like I even need to Eat another meal That's why guys Usually say That when they start You know Carnivore They start keto You know They start no sugar A lot of times When people start Those diets What they always say And at least What I always hear Is Dude My energy levels Are like They're so Like I feel like I've got such high energy I wouldn't even say It's necessarily high energy But it's Even Energy Throughout the day Because if you're Kind of I mean If you're in a state Of maintenance Or in a state Of a deficit Where you're getting leaner Then I mean A large sugar intake It just doesn't make Any sense Because It's not going to Make you feel very full It's going to Fuck with your blood sugar And make you go All fucking crazy Like if I were to Sit here with a glucometer It would probably Shoot up to like 200 for a second And then shoot back Down to 50 And then bounce around Back to like 70 Whereas You know Having More Complex style carbs It's just going to Keep you in a more Fed Even Baseline state Which Dieting wise That's your friend Einzuspeichern Also Um's training Kann sowas Sinn machen Deswegen auch Cerealien Post-Workout Rice Krispies Oder Schoko Krispies Oder so Können gut sein Aber Restlichen Tag Bin ich Fan davon Mit Unverarbeiteten Lebensmitteln Wie Haferfloppen Kartoffeln Reis Zu arbeiten Die Ja Euch auf jeden Fall Länger satt machen Für keinen Ausstoß sorgen Und dann Konstant In eurem Blut Am Start sind Für Laien ausgedrückt Consistency Consistent hunger levels Consistent levels Of Kind of Fullness Eating evenly Throughout the day That is what you're Going to want Because This is kind of A classic approach Everybody kind of If you don't really Know what you're doing Dieting wise And macros And counting I'm sure you know Somebody where They basically Just eat nothing All day They skip breakfast They skip lunch They might have Like a fucking They might have A coke zero At one You know And then For one thing They may think To themselves Oh I was really Good today I didn't even Cheat on my diet Today I get to have A little snack Before bed Or They've literally Just withheld Themselves from Eating for so Long throughout the Day That now their Appetite is going Fucking crazy You can't go to Sleep When you're Fucking hungry Unless you're Like a high school Wrestler And you're a You're a real Beast about it I knew a couple I knew a couple Guys like that When I was When I was in High school But odds are You're not going To bed hungry Man I've been there Before too I'm not going To bed hungry I end up Having to eat Something So Yeah That's me being A schmuck I should just Suck it up But really I should have Just planned My day More accordingly Where I ate Steady Evenly sized Meals Yeah Deswegen auch Viele Mahlzeiten Über den Tag Verteilt Und deswegen Bin ich nicht Ein Fan Davon Nur einmal Am Tag Zu essen Weil dann Ja Fängst du Abends an Dann rast Das komplett Aus Beziehungsweise Ja Klar Heißt es Kalorien rein Und Kalorien Raus Und dann Hast du dir Kalorien Eingespart Über den ganzen Tag Dann zu hungern Für Das eine Meal am Abend Beziehungsweise Sich dann Superfressen Das ist Wie gesagt Extremen Die euch nicht Weiterbringen Like I've been Kind of talking About what I want To do When I start Bulking up I'm really Going to Emphasize Evenly Dispersed Meals Throughout the Day To be A little More Of a Just Steady State Of Fedness But Same Thing Goes With Dieting Man So If You Hold Yourself Off From Kalorien And You're Just Holding Off And You're Holding Off And You're Just Holding Up Building Up Pressure Inside You And Eventually You're Going to Say Ah Fuck It Give Me The Ben And Jerry's Three Seconds Later It's Gone Three Seconds Later You're Going to Say And Da Waren We Alle Schon Ich Auch Wohl Ich Profi Bin Und So Das Ist Sachen Die Dann Da Aufgrund Von So Was Passieren Okay Maybe I'll Have Some Juice And Then You Totally Screw So That's Where Being A Little More Responsible Eating Evenly Throughout The Day That's Where It's At Man So Let's What Else Do I Need Give Me Give Minute To Think About It Donuts They Don't Fehlen Young Spun Yeah That's Everything The only Thing I Need To Get Deodorant Not That I've Been Running On No Deodorant Oh My God I Hope That's None Of You Guys It's It's Been A Little While But I'm Sure Even Me Just Saying That Triggered Your Mind To Think The Guy Who You Know Your Gym Just Fucking Reeks Boah Die Sachs Durch Bunker Da Läuft Auch Ein Rum Dem Schenke ich Auf jeden Fall Wenn's so Weiterläuft Bei Deo Come on Man Have Some Glass But Main Ideas Dieting Wise Lean Protein Sources Low Carb Carbs I Actually Stopped And Got Some Carb Balance Tortillas Carbs Each There Are Three And Half Grams Of Fat So There Is Still Some Calories Of Course You Can't Completely Get Around It There Is No Eating Food With Zero Calories But If You're Smart And If You Line This Stuff Up The Right Way And I Know It Sucks I Know It's A Bitch To Have To Track Your Calories And Weigh Everything Out And Get Your Food Scale And This That I Know And Especially If You Haven't Gotten Into It I Know That It Seems Like A Real Serious Chore But Once You Start To See The Benefits From Doing It And You Can Actually Notice That Your Training Is Doing A Little Bit Better You're Growing You're Getting Stronger You're Getting Better Sleep Things Just Start Falling Into Place And You Start To Realize Like Okay And I Know This Sounds A Little Weird For Me To Say I Don't I Don't Have The Best Rep For That But The Things That You're Putting It Seems Stupid For Me To Say It Because I Eating All This Fucking Sugars And Chocolate Milk Whatever But The Food That You're Eating And I'm Good About The Protein Of Course I Want The Best Protein Enough Foods To Have The Energy To Facilitate Muscle Growth If You're Trying To Bulk Up Then Things Just Aren't Going To Work Man And There's No Other Option If You're Trying To Bulk Up And You Reach A Point Of Size Where You're Like Your Weight Is Plateaued You Can't Keep Growing You Get No Other Option Than Eat Some More Food So By Getting A Little Bit More Literate With Macros And Proteins And Meal Timing And Like Sprinkling Some Dextrose On Your Rice You Know There's A Million Tips And There's A Million YouTube Videos Talking About These Tips So If You Can Start Studying Up A Little Bit You Are Going To Notice Benefits In Your Training So I Think That's All I Needed I'm Not Doing Like A Kitchen Restock So This Isn't I'm Not Getting Like Low Carb Mayonnaise And Low Carb Barbecue Sauce Or Anything Fancy Like That But So Is Natürlich Auch So Ein Ding Nehmt Ihr Den Voll Geladenen Ketchup Oder Nehmt Ihr Den Heinz Zero Ketchup Zum Beispiel Da Is Kaum Was Drin Und Den Ja Könnt Ihr Gut Rein Zwirbeln Etc Etc If You Take Anything Away From This Dieting Bulking Maintaining You Really Do Need To Get Into Tracking Your Macros The Only Negative I See Is The Fact That You Open Up Your Phone Type In 40 Gramm Carbs 50 Gramm Protein And 20 Gramm Fat Every Time You Something Good An Der Stelle Bevor Ich Mich Hier Gleich Ein Piss Im Bürostuhl Cutten Wir Den Zäh Mal Auf Und Ja Ich Bedanke Mich Bei Euch Fürs Zugucken Hat Auf Jeden Fall Interessante Sichtweisen Seine Ernährung Gegeben Wie Gesagt Der Junge Der Macht Worauf Bock Hat Zieht Einfach Sein Ding Durch Und Deswegen Ist Auf Jeden Fall Ein Netter Zeitgenosse Feierig Ansonsten Wie Ihr Ernährt Was Für Ernährungs Form Ihr Verfolgt Schreibt Es Gern Mal Unten Reihen Und Dann Sehen Wir Bis Adios Amigos